Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und, wow, wow, das sind viele Fackeln, mein lieber Scholli, ähm, nice, dann gucken wir mal hier, Rundumfahrt, aha, wenn man hier hoch geht, startet die hier oben, oder was? Nice, die startet wirklich hier oben, oh, da ist ja noch alles im Inventar voll. Cool, jetzt können wir also wieder mal eine Rundfahrt machen, ähm, ich glaube diesmal unterlege ich die Rundfahrt mit etwas, bin ich doof, mit etwas Musik, Moment, den müssen wir erstmal wieder weg machen, so, zack. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Musik Die Rundumfahrt hier aber, die war mal cool, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Inklusive, ah, Indoor Arena. Wow, 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 wow. Das ist aber, hier geht es aber ziemlich tief runter. Was ist da unten jetzt, eine Arena? Das, was auf dem Schild gestanden hat, hat nicht gerade viel geholfen. Okay, hier sind zwei Truhen. Huch, liegt nicht allzu viel drin. Warte mal hier. Oh, da geht es ewig lang. Gehen wir mal zuerst hier hin. Oh, die Welt hier könnte größer werden, habe ich das Gefühl. Hier ist nix. Oh, hier geht es bestimmt zur Hölle, wetten. Indoor Achterbahn, okay. Wir haben nur, ah, gut, wir haben keinen Minecart dabei. Das ist jetzt doof. Wow. Jetzt, nice, ich will einen Minecart haben. Dann können wir hier langfahren. Moment. Ich gehe mal schnell ein Minecart. Besorgen ist ja eins. Achso, ne, das ist hier zum Anschieben. Warte, geh wieder zurück. So. Ähm, nein, das heißt, wieder zurückgehen. So, ich gehe mal ein Minecart schnell besorgen. Das heißt, ich gehe mal ein Minecart. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hä, nice. Hin, zurück, was? Ah, cool. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, kommt hier eine Uhr gefahren, oder was? Ne, klappt gerade nicht, bin zu doof. Da ist sie. Hä, nice. Hä, cool. Das ist mal eine geile Idee. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht mit den Schaltern. Ziegelsteinhaus. Turm. Was macht das? Ach so, das schaltet hier um, oder was? Die Minecarts. Turm, Arena. Achterbahn. Turm, ach so. Ja, dann stellen wir alles auf Turm, ja? So. Und dann fahren wir mal. Mal gucken, wo es das da jetzt hinbringt. Was ist denn da links noch gewesen? Jetzt geht es hier lang. Boah, da fehlt schon wieder eine Textur bei mir. Ähm. Und jetzt, wir fahren hier mal ziemlich schweiz. Oh, okay. Und da sind wir da. Und das ist also der Turm. Kann man hier rein und dann da hochschwimmen? Hä, geht es sogar wirklich so. Da hinten war noch eine Tür, da können wir auch noch reingehen. Ah, ne, ist keine Tür. Was haben wir denn da? Aha. So. Boah, der hat immer riesige Leitern hier. Wahnsinn. Ja, ich könnte ja auch Musik hinmachen, aber das mache ich jetzt an dieser Stelle einfach mal nicht. Sondern kommentiere diese lange Leiter hier hoch mal durch. Oh, und da kann man sich schön zu Tode stürzen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Okay. Hier hat man aber eine sehr geile Aussicht. Sehr nice. Und ich glaube, diese Welt hier müssen wir in zwei Parts aufteilen. Ähm. Und dann ist an dieser Stelle auch mal ein guter Punkt, um mal einen Cut zu machen. Den Rest der Welt seht ihr also im nächsten Video. Ähm, das wird dann 4.2 sein. Ähm, ja. Bis dahin. Ciao.